Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Nicht nur ein neues Film, sondern auch ein neues Serienjahr hat begonnen und es scheint sich ein Trend anzubahnen. Denn just heute, wo der Trailer zu Renfield aufschlägt mit Nicolas Cage als altehrwürdiger Dracula in der heutigen Zeit, schickt sich auch etwas anderes an, wieder zurück zu kommen. Nicht nur Vampire an sich, sondern auch ein absoluter Klassiker. Allerdings diesmal in Serienform. Und damit besprechen wir heute den Serienstart von Interview with a Vampire beziehungsweise Interview mit einem Vampir, die ab dem 6. Januar auf Sky verfügbar ist in Deutschland. Wir konnten bereits vorab reinschauen. Und wer sind wir? Zum einen die Brit-Marie, einmal mehr ein Serienjunkie. Grüße dich. Hallihallo. Und ich, der Dom. Wir konnten vorab reinsehen, auch schon eigentlich im alten Jahr hätten wir die Möglichkeit gehabt. Bei mir war es zeittechnisch aber nicht anders möglich. Sieben Folgen sind es insgesamt in der ersten Staffel. Zwei habe ich vorab gesehen. Du schon die ganze Staffel, ne? Ja, genau. Ich hatte die Möglichkeit, mir das anzugucken. Und da kann man vielleicht auch schon eine Kleinigkeit sagen, weil du gesagt hast, zeitlich war es ein bisschen anspruchsvoll. Jede Folge hat eine gute Stunde, Stunde 15, je nachdem. Und es ist lang. Und es fühlt sich, finde ich, auch sehr lang an. Man muss das schon mit Konzentration gucken und kann das nicht nebenbei einfach mal so laufen lassen und irgendwie mit halbem Ohr mitkriegen. Also da fordert die Serie vom Zuschauer schon, dass man sich darauf konzentriert. Wollen wir denn vielleicht erst mal so uns herantasten an die Thematik? Also sagt vielleicht uns erst mal grob, worum es überhaupt geht für die Leute, die vielleicht auch diesen Film aus den 90ern nicht kennen, auf den wir vielleicht mal kurz zu sprechen kommen. Ja, der Titel ist das Programm im Grunde. Es heißt ja Interview mit einem Vampir und genau darum geht es. Es geht um Louis de Pointe du Lac und oder de Pointe du Lac, je nachdem, wie man ihn denn aussprechen möchte. Gespielt von Jacob Anderson und der befindet sich im Interview mit einem Reporter, einem Menschen, nämlich Daniel Molloy, gespielt von Eric Boghossian und die beiden sind im Gespräch. Und Daniel Molloy interviewt Louis über sein Leben und dieses Leben ist sehr abenteuerlich und besteht im Grunde, man kann es vielleicht so kurz zusammenfassen, zu einer sehr manipulativ-symbiotischen Beziehung zu Lestat de Lioncourt, nämlich seinem, ich sage jetzt mal, Erschaffer. Denn von Lestat ist er gebissen worden und zum Vampir gemacht worden und die beiden sind irgendwie alles füreinander. Sie sind ein Paar, sie sind Schüler und Lehrer, sie sind Brüder, sie sind ja in einer sehr komplizierten Beziehung zueinander, sowohl sexuell als auch emotional als auch ja alles andere. Und am Ende wird sogar eine kleine Familieneinheit draus, denn sie holen sich noch eine Tochter dazu, sprich ja beißen ein Baby, nämlich Claudia. Und dann hat man eben diese Familieneinheit und diese Beziehungen untereinander sind wahnsinnig interessant, aber auch extrem toxisch, finde ich persönlich. Und genau dieses Leben, das bekommen wir Stück für Stück in jeder Episode erzählt. Und wie gesagt, Daniel Molloy, der Reporter, ja, versucht herauszufinden, was denn jetzt mehr oder minder Wahrheit und was, ja, Erfindung ist. Denn auch da verschwinden die Grenzen. Wir haben durch die ganze Serie hinweg sehr unzuverlässige Erzähler. Ja. Leuten da draußen dürfte ja doch einiges von dem Plot sehr bekannt vorkommen. Es gab ja die Verfilmung des Anne Rice-Romans, der glaube ich aus Mitte der 70er entstanden ist, gab es ja in den 90ern die Kinoadaption mit Brad Pitt und Tom Cruise in den Hauptrollen von Neil Jordan. Damals auch tatsächlich mit einem Skript der Autorin Anne Rice. Die ist hier auch als Produzentin gelistet, aber auch vor etwas über einem Jahr schon verstorben. Wie ist das denn bei dir? Also wie, wie kennst du dieses, dieses Franchise? Weil es ist ja einer von, glaube ich, insgesamt 18 Romanen, der dann jetzt hier zum zweiten Mal verfilmt wurde. Es gibt da noch Königin der Verdammten und gerade auch noch irgendeine andere Serie aus diesem Universum, die jetzt an den Start gehen soll. Wie bist du damit vertraut? Gar nicht. Ich kenne Anne Rice. Ich weiß, dass es diese Serie gibt an Büchern. Ich habe das Buch auch damals in den 90ern nicht gelesen, sondern tatsächlich nur den Film gesehen. Den fand ich damals sehr gut. Also ich war fasziniert und war begeistert. Da erinnere ich mich dran. Aber ich muss auch sagen, dass ich den Film seit den 90ern tatsächlich nicht mehr gesehen habe. Das heißt, diese Serie war für mich jetzt auf der einen Seite ein, schauen wir mal, was mich erwartet. Aber gleichzeitig hat man natürlich doch die eine oder andere Erinnerung an diese Verfilmung, Hollywood-Verfilmung aus den 90ern und hat da auch so den einen oder anderen Vergleich gezogen. Was man aber, glaube ich, definitiv sehen kann, ist, dass wir uns de facto 30 Jahre später befinden. Man kann heute im Fernsehen und vor allen Dingen eben auch im Kabel-Fernsehen, sage ich jetzt mal, das Ganze ist ja ursprünglich von AMC, kann man sehr viel drastischere Dinge erzählen, als man das vielleicht in Hollywood in den 90ern konnte. Und dazu gehören nicht nur explizite Szenen, was zum Beispiel Sex und Gewalt angeht, sondern auch einfach, ja, emotional manipulative Dinge, die man so vielleicht auch nicht auf die Leinwand brachte in den 90ern. Ja. Also der Film in den 90ern, der und, glaube ich, Legende dürften der Grund dafür gewesen sein, weil ja zu der Zeit tatsächlich eine ganze Zeit spekuliert wurde, ob Tom Cruise eventuell so in beiden Gewässern schwimmt, sage ich mal. Ah, okay. Da war ich zu jung, das habe ich nicht mitgekriegt, okay. Also der alte Film, also ich habe den auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß noch, dass ich den sehr mochte, auch wenn der sehr melancholisch ist. Also wer Ad Astra mit Brad Pitt gesehen hat und da vom Voice-Over ein bisschen genervt war, der sollte sich mal Interview mit einem Vampir geben. Ich mochte ihn tatsächlich damals. Ich fand auch dieses ganze Universum irgendwie auch durchaus reizvoll. Ich muss zugeben, diese Serie kam für mich jetzt ein bisschen aus dem Nichts. Ich hatte zwar immer mal wieder gehört, dass die geplant war, habe die dann aber eher nur so wahrgenommen über diesen Showrunner Brian Fuller, der ja die Hannibal-Serie gemacht hat. Und nach Hannibal hat man eigentlich nur noch gehört, ja, er hat ein neues Projekt und wenige Wochen später oder ein paar Monate später kam dann die News hinterher, ja, er hat das Projekt verlassen. Also der hat seitdem, seit dem Ende von Hannibal 2015 hat er eigentlich nichts mehr gemacht und der scheint auch nicht so der einfachste Kandidat zu sein. Aber da wäre ich durchaus interessiert gewesen. Und wenn ich dann jetzt überlege, ich weiß nicht, Hannibal hast du nicht gesehen, glaube ich, ne? Ja, nur Ausschnitte. Aber auch das war natürlich eine, kleinste gemeinsame Länder, toxische, manipulative, extrem schwierige Beziehung zwischen den beiden Männern. Ja. Ja, mit homoerotischem Subtext. Und ein bisschen, naja, Menschenessen noch dazu. Genau. Hier ist es ein bisschen variiert, aber der Subtext, der auch wohl fester Bestandteil der Vorlage ist und in dem Hollywood-Film von Neil Jordan damals zumindest angedeutet werden durfte, kann dann jetzt natürlich in dieser Serie wirklich ausgespielt werden. Ganz ehrlich, da ist nichts mit Sub. Also subtil ist da gar nichts. Nein. Ja, das ist eine ganz klassische Beziehung zwischen diesen beiden Männern. Aber es ist nicht so, finde ich, dass man hier jetzt eine homoerotische oder homosexuelle Beziehung irgendwie, also das ist nicht das, was wichtig ist bei Interview mit einem Vampir, sondern das ist eben ein Beiwerk. Man hat das Gefühl, die versuchen, das Leben, das sie ja nicht mehr haben, in alle Richtungen auszunutzen. Und das gehört auf sexueller Ebene eben, gehört da auch dazu, dass man eben mit Männern und mit Frauen schläft. So, Punkt. Ja. Und die Beziehung, die die beiden miteinander haben, natürlich ist die auch sexuell, aber ich finde, das spielt in erster Linie, da spielen andere Dinge eine viel größere Rolle. Diese Beziehung zwischen Le Star und Louis. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen und seinem, ich habe gerade überlegt, wie ich das jetzt formuliere, weil es ist ja nicht sein Sohn in dem Sinne, aber eben Louis, seinem, ich sage jetzt mal, Partner in Crime sozusagen, die ist einfach nur, ja, it's complicated, ist vielleicht noch das Netteste, was man sagen kann. Toxisch. Die ist halt toxisch und aber auch, die ist so viel mehr. Also ich habe ja gesagt, die sind irgendwie alles voreinander. Die sind Brüder, die sind Geliebte, die sind Freunde, die sind Feinde, die sind alles irgendwie. Und das ist natürlich auch enorm anstrengend. Ja, durchaus. Es ist, also, es hat auch schon so gewisse Bromance-Elemente, wie man das so in den letzten Jahren ja popkulturell geprägt hat. Ja. Ich muss ja sagen, dass ich so angesichts der Serie, also ich hatte auch keine Trailer oder was gesehen und war dann doch relativ überrascht über diese Neuausrichtung, weil nicht nur, dass man das Ganze eben auch die Gegenwartshandlung mit dem Interview, die hat man in die Neuzeit verlegt. Ich glaube, sogar in Dubai findet das statt. Richtig, ja. Und dementsprechend hat man dann natürlich, um dann irgendwie da auch das so von der Zeit her aufeinander zu kriegen, also wie lange der jetzt schon in diesem Zustand ist, Louis, hat man auch den Hintergrund seiner Figur eigentlich komplett abgeändert. Also im Buch ist das so und glaube ich auch dann natürlich in dem Film mit Brad Pitt, dass Louis dort ja ein weißer Sklavenhalter ist, der glaube ich dann gebissen wird. Und hier, ja, hat man es eigentlich sogar umgedreht und auch zeitlich nochmal versetzt ins New Orleans, ich weiß gar nicht, 1890 dürfte das irgendwie sein, ne? Ja, also auf jeden Fall 19. Jahrhundert, genau. Und dementsprechend hat man dann auch Louis divers besetzt. Mit Jacob Anderson, kanntest du den vorher? Ich kannte ihn, aber ich hab ihn jetzt nicht, also es ist einer von diesen Gesichtern, die man mal kennt, aber jetzt ad hoc hätte ich dir nicht sagen können, große Hauptrolle in oder so, das jetzt nicht. Aber das Gesicht kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Lustigerweise hatte ich mit Sam Reed größere Probleme. Den konnte ich nicht zuordnen. Das war so, sollte ich den kennen? Muss ich den kennen? Also ich kannte ihn jetzt auch nicht. Ich hab mal so ein bisschen den Blick schweifen lassen. Der war immer mal in so Nebenrollen, glaube ich, drin und in verschiedenen Serien. Also Anonymous von Roland Emmerich, falls den Wort noch jemand kennt, sehe ich gerade. Aber ansonsten eher so Nebenrollen. Jacob Anderson kenne ich tatsächlich aus Game of Thrones. Ja, und das hab ich halt nicht gesehen. Genau. Da hatte er eine Nebenrolle. Aber er hat auch mal eine Nebenrolle in Doctor Who gespielt und so. Also ich vermute, daher werd ich ihn wahrscheinlich eher kennen. Also so die Ecke. Also britisches Fernsehen mehr. Genau. Also vor allem den Lestat, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Und ich muss wirklich sagen, ich find beide ziemlich, ziemlich gut besetzt. Ich finde auch, dass diese Geschichte wirklich steht und fällt mit der Besetzung. Die Geschichte an sich ist eine relativ komplizierte Geschichte. Ja, sie ist geändert worden für die Serie. Du hast da schon recht. Die Frage ist, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Das ist etwas, worüber sich die Fans von Anne Rice und auch vom Interview mit einem Vampir streiten. Nichtsdestotrotz steht und fällt sie eben mit den Schauspielern. Und da muss ich auch sagen tatsächlich, dass ich beide ganz großartig finde. Ich habe sehr oft gelesen, dass viele Fans beeindruckt sind von Sam Reed als Lestat. Ich muss sagen, ich finde Jacob Anderson als Louis unglaublich gut. Ich war wirklich, wirklich richtig positiv überrascht und dachte, meine Güte, es ist unglaublich, wie er diese Verzweiflung und Zerrissenheit eben auch spielen kann. Also aber alles immer sehr, also sagen wir so, willst du Drama, kriegst du Drama. Also es ist schon alles sehr, sehr dramatisch und sehr, 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 also alles nochmal so mit auf 20 hochgetreten. Das heißt, wenn man sich diese Serie anguckt, dann muss man auch echt, ja, man muss sich konzentrieren. Man muss da eben auch wirklich dabei sein beim Gucken und man muss dann aber auch mit viel, viel Drama rechnen. Also Liebesdrama ist halt wirkliches Liebesdrama und irgendwie Todesdrama ist halt wirkliches Todesdrama. Ja, es ist so. Es ist natürlich alles sehr melodramatisch. Das war ja auch schon in dem alten Film, also da ist ja auch hier Tom Cruise als Lestat, ist da schon ordentlich am Chargieren auch in der Rolle. Wobei ich weiß noch, dass ich den ziemlich, ziemlich großartig fand damals eigentlich. Ist natürlich auch immer, ja, es ist auch, also es gibt der Stoff ja irgendwo auch her, ne? Ja, aber es funktioniert hier, finde ich, auch so gut, weil wir natürlich in den Journalisten, also in Daniel Molloy, beziehungsweise ja gespielt dann von Eric Boghossian, eine Figur haben, die dem Ganzen, finde ich, so einen schönen ironischen Spiegel vorhalten kann. Ja, ja. Denn, denn der Journalist macht ja genau das. Er fragt eben die Fragen, die man gerne wissen möchte, aber die sich keiner traut zu fragen. Wie zum Beispiel hast du das Baby deiner Schwester, nachdem du Vampir warst, das ist zum Beispiel, das kommt gleich am Anfang vor, da ist Louis zum Vampir geworden und hat weiterhin seine Familie besucht, weil er dachte, er kann weiterhin so tun, als sei er lebendig und alles wäre super. Und dann hat seine Schwester ein Kind gekriegt und dann hatte er eben das Bedürfnis, eben dieses Baby zu beißen. Und alle fragten sich, hat er dieses Baby gebissen? Hat er es getötet? Ja, ja. Und das ist genau die Frage, die eben der Journalist stellt. Der Journalist ist also so ein bisschen in der Rolle des Zuschauers auch, wie wir, und stellt dann eben diese Fragen. Und ich finde die Dynamik, die sich entwickelt zwischen Louis und Daniel, ganz großartig auch. Also auch das funktioniert sehr, sehr gut. Sie haben da auch mehr draus gemacht, finde ich, als in dem alten Film. Da spielt ja Christian Slater diesen Journalisten und da passiert ja eigentlich nicht wirklich viel. Also das ist ja die Rahmenhandlung und in Flashbacks wird dann hier eben die Vorgeschichte erzählt, also durch den Bericht von Louis. Und das wirkt ja alles noch ein bisschen lebendiger, auch ein bisschen ausgefleischter von den Figuren. Also Jacob Anderson finde ich ganz großartig, wie er zum einen diese Zerbrechlichkeit, diese Unsicherheit auch in der Vergangenheitshandlung rüberbringt und zum anderen dieses abgeklärte und sehr souveräne dann in der Gegenwartsstory. Das fand ich sehr, sehr gelungen. Auch toll finde ich, dass ich, weil ich muss zugeben, ich war da ein bisschen skeptisch, dass man eben jetzt halt so krasse Einschnitte macht, also dass man aus einem Plantagenbesitzer jetzt einen, ich glaube, einen Freudenhausbesitzer in New Orleans macht. Aber sie haben sich da schon Gedanken gemacht, das wirklich so in den damaligen Zeitgeist einzubetten. Also sie haben jetzt nicht gesagt, ja, die Figur ist jetzt einfach schwarz besetzt, sondern das ist gut in das Setting eingearbeitet, wie ich finde und wirkt für sich. Also wenn man, wenn man die Vorlage nicht kennt, dann wirkt das durchaus relativ stimmig von dem, wie es hier aufbereitet wird. Ja. Und später muss man dazu noch sagen, denn ich habe ja schon noch ein paar Folgen mehr sehen können als du. Später ist es dann so, dass ja Claudia dazu noch kommt, also die Tochter. Die spielen ja dann eine Zeit lang eben heile Familie. Und das fand ich im Film auch schon sehr creepy immer. Oh ja, Kirsten Dumpst. Ja, ja. Richtig. Aber die ja eben hunderte von Jahre dann auch alt ist eben, mit einem viel größeren Wissen als ein Kind eigentlich hat, eben das gespielt hat. Und das haben wir hier in der Serie auch. Und Bailey Best, die Claudia spielt und an der dann in der zweiten Hälfte der Serie, sage ich mal, viel Story hängt. Die macht es auch ganz großartig. Es ist schon alles sehr, sehr creepy. Also da haben wir dann so einen leichten, wie sagt man, tonalen, eine normale Verschiebung. Am Anfang eben liegt der Schwerpunkt doch eben auf Louis und Lestat. Und das Ganze verschiebt sich ein bisschen hin zu Claudia am Ende. Wobei natürlich dann es klar diese Dreierbeziehung ist, die da dann die wichtige Rolle spielt. Ja. Ist ja dann auch wieder ähnlich wie in dem Kinofilm. Ich muss auch sagen, ich habe Lust bekommen, mir den nochmal anzusehen, aber ich werde die Serie auf jeden Fall weiterschauen. Zu Bailey Best kann man noch sagen, also ich habe ja noch nichts von ihr gesehen. Sie ist ja momentan auch im Kino in Avatar 2, aber wahrscheinlich wird man hier mehr von ihr zu Gesicht bekommen, als auf der Leinwand. Wenn man sie erkennt, den Avatar. Ja, ja, genau. Genau, richtig. Aber nee, also da habe ich auch schon Hoffnung, weil Kirsten Dunst in ihrer allerersten Rolle, glaube ich, damals in dem alten Film. Und das hatte auch sehr viel, ja, da steckt ja auch sehr, sehr viel Bitteres drin. Auch diese Beziehung zwischen Louis oder warum sie die dann überhaupt beißen und sie dann überhaupt so in dieses Gespann kommt und dann auch erst mal registriert. Ihr habt mir praktisch meine, meine, meine Kindheit, also nicht nur mein Leben, sondern auch meine Kindheit gestohlen. Oder ihre Kindheit wird eigentlich niemals enden. Ja. Und was man auch nicht so ausspielen konnte, was finde ich hier in der Serie zum Beispiel auch ein Aspekt ist, der mehr ausgespielt werden kann, ist, dass diese ganze Beziehung ja auch extrem inzestös. Inzestös. Also, ja, danke schön. Und das wird hier in der Serie auch nochmal deutlicher ausgespielt. Das sind so die Dinge, wo ich sage, etwas weniger subtil als im Film, immer noch subtil genug. Aber das sind Dinge, die man eben jetzt zeigen kann auf der Leinwand im Gegensatz zu in den 90ern. Ja, da merkt man einfach schon deutlich, wie es sich verändert hat. Also, du sprachst ja auch gerade von der Tonalität. Das fiel mir auch auf. Also, ich habe ja, wie gesagt, nur die ersten beiden Episoden gesehen und mir fiel aber auf, dass die zweite ganz schön schwarzhumorig daherkommt und die erste auch teilweise sehr blutig ist. Und das hat mich, es hat mich wiederum auch sehr an die Hannibal-Serie tatsächlich erinnert. Also, so diese, diese makabere Herangehensweise. Und ich muss sagen, ich hätte das Ganze auch gerne von Brian Fuller gesehen. Aber insgesamt bin ich doch, also, ich weiß gar nicht, wer jetzt hier der Showrunner ist. Genau, Roland Jones. Äh, der hat vorher, äh, Perry Mason hat er jetzt gemacht. Der hat gar nicht so viel gemacht. Der hat Weeds gemacht. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Boardwalk Empire. Ja, mehr auch nicht wirklich. Diese Horror-Elemente, die hat man auch immer wieder in der Serie, weil du gerade gesagt hast, Blut und Gewalt und sowas. Und dann immer natürlich, aber sehr, sehr gerne auch immer gegen so einen unschuldigen Rahmen. Das heißt also, die Tochter trägt ein weißes Kleid, alles ist unschuldig, hübsch und sauber. Und dann beißt sie aber jemanden und ist komplett von oben bis unten mit Blut besudelt. Also solche Bilder werden dann eben aufgerufen, ja. Dass dann extra das Ganze nochmal einen Rahmen bekommt von extrem unschuldig hin, ähm, um da eben nochmal so einen extra Schockfaktor drinnen zu haben. Das haben wir die ganze Serie hindurch. Aber auch das Humorvolle. Tatsächlich auch. Sehr schwarzhumorig, das stimmt, ja. Also, ähm, aber das macht das, äh, macht das interessant zum Anschauen auch. Ja, absolut. Ich muss auch sagen, ich kann mich bei dir nicht so ganz anschließen, dass man sich, wer weiß, wie du darauf konzentrieren musst. Ich fand es eigentlich sehr kurzweilig und gut wegzugucken. Ja, schön. Ich fand es tatsächlich zwischendurch, also ich, mir hätte auch eine Viertelstunde weniger pro Folge gereicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich fand es zwischendrin ein bisschen anstrengend. Ich hab immer das Gefühl gehabt, es wurde versucht, zu viel Story in eine Folge zu packen. Das, äh, das, äh, wird ein bisschen besser, wenn die Serie voranschreitet. Also, vielleicht hatte ich auch das am Anfang vor allen Dingen das Gefühl, weil ich das Gefühl, also, weil am Anfang einfach so viel erzählt wurde und so viel Welt etabliert wurde. Mhm. Nichtsdestotrotz, äh, wird es dann ein bisschen besser. Man gewöhnt sich dann auch dran. Aber es war für mich eine Serie, auf die ich mich wirklich konzentrieren musste. Ja, sie haben auch hier noch, äh, was drin tatsächlich, wo du jetzt meintest, da merkt man das schon. Louis hat, soweit ich weiß, im Roman einen, einen Bruder auch noch, also Paul oder Paul, je nachdem. Und, äh, der begeht ja dann, glaub ich, Suizid, soweit ich weiß. Und dann gibt er sich, glaub ich, irgendwie die Schulter dran. Und das ist, äh, in dem Tom Cruise Film, äh, oder, äh, also in dem, in dem alten Film komplett weggelassen. Und das wirkt hier dann aber doch so ein bisschen. Man, man merkt, sie wollen halt, also das kann man schon mal verraten, die Verwandlung äh, gibt es schon am Ende der ersten Episode. Und man merkt, sie wollen, sie wollen schnell an diesem Punkt, ne, um, um dann eben auch so das auszuspielen, was das Ganze ausmacht. Fand ich jetzt aber gar nicht so verkehrt. In der zweiten Folge ist, oder deutete sich für mich dann an, dass dann so auch die Thematik ist von wegen, ja, du hast jetzt ein neues Leben mit mir, also Lestat, ne, und, äh, du musst jetzt deine Familie loslassen. Und dann dachte ich mir aber auch schon so, also, so wirklich Gelegenheit hatten wir jetzt auch nicht die Figuren um Louis herum kennenzulernen. Nein, und das ist ja auch das, also es geht, es kommt relativ schnell zu dem Punkt, dass es sich nur noch konzentriert auf Louis und Lestat und dann etwas später auf Louis, Lestat und Claudia. Und da liegt der Schwerpunkt auf dieser Beziehung und wie die beiden miteinander umgehen. Und das ist das, was den Hauptteil der Serie eben auch ausmacht. Ja gut, ist natürlich, äh, auch durchaus dann so der Reiz gewesen bei dem, bei dem alten Film, also da kam ja dann auch Kirsten Dunst relativ schnell dazu. Und das wird auch, also ich, ich meine, ich kenne die Romanvorlage nicht. Ich muss da sagen, irgendwie, irgendwie reizt mich dieses ganze Universum. Vor allem ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, äh, wie sehr sich, äh, die Twilight-Autorin da teilweise wirklich dreist dran bedient hat, anscheinend. Also ich sage nur Gedanken lesen. Und, äh, was ich dann aber unter dem Gesichtspunkt einfach sehr schön finde, dass anscheinend jetzt, also ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, vielleicht liegt's auch jetzt daran, dass ich, äh, heute hatte ich ja schon gesagt, kam der Trailer zu Renfield mit Nicolas Cage als Dracula. Es erwartet uns noch eine Verfilmung der letzten Fahrt der Demeter, also auch wieder aus dem Bram Stoker-Roman. Und es wird auch noch ein Remake von, äh, dem Murnau-Klassiker Nosferatu von Robert Eggers kommen. Und dann jetzt eben noch diese Serie. Also da scheint sich ein Trend anzubahnen. Und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schön, weil es eigentlich eine sehr faszinierende Thematik ist, die abseits von sowas wie Twilight, äh, durchaus auch was sehr Zeitloses hat. Und ich, ich bin unglaublich froh, dass dieser Trash von vor zehn Jahren, äh, völlig passé ist und eigentlich auch ziemlich vergessen. Also, äh, Twilight werden wir bitte als Maßstab für gar nichts nehmen. Das boykottiere ich. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, Papiere sind offensichtlich Back-Baby. Ja, also. Ja. Interessant. Schön. Klassische vor allem, ne? Klassische, aber im modernen Gewand. Also, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also, ich wirklich, meine Erwartung war so in der Mitte. Und ich war wirklich, wirklich gut unterhalten. Es ist auch wirklich richtig gut produziert. Die ersten beiden Folgen sind von Alan Taylor, auch ein Game-of-Thrones-Regie-Veteran. Also, es lohnt sich wirklich, mal reinzuschauen. Auch, wenn man den alten Film kennt. Vielleicht gerade, wenn man den kennt, hat dann wiederum auch so ein bisschen so ein Effekt halt wie bei sowas wie Hannibal, ne? Wo man ja auch erst dachte, äh, kann das so im Fernsehen funktionieren? Als Prequel auch noch. Und dann, äh, vor allem eine zweite Staffel ist ja schon bestätigt. Äh, und sie haben, ja, einen Fundus von 18 Romanen, aus dem sie schöpfen können. Und da stand auch schon, ich weiß nicht, ob du das, äh, gesehen hattest. Äh, bei dem Screener, den ich hatte, stand anscheinend auch irgendwas mit Immortal Universe. Nein, das hatte ich nicht mitbekommen. Okay, also, dass da einfach noch auf mehr, mehr, ähm, Quellmaterial zurückgegriffen wird. Das kann ja gut sein, ja. Und, wie gesagt, Produktionsniveau auch wahnsinnig hoch. Ich frage mich, ob sich das für AMC am Ende lohnt. Ja. Denn die haben da wirklich Geld reingesteckt in die Serie. Ja. Das sieht man auch. Kostüme, Ausstattung, Design, äh, Schauplätze. Das sind alles so Dinge, die man, die wir jetzt als selbstverständlich hinnehmen, aber es ist wirklich absolut top-notch alles. Und da frage ich mich, ja, äh, wird sich das am Ende auszahlen? Also, äh, wird sich das rechnen? Ich hoffe es. Denn daran hängt ja dann, ob sie eben dieses Immortal Universe ja auch etablieren können. Aber, ähm, ja. Das macht es für uns Zuschauer zumindest zu einem Sehvergnügen. Ja, also, ich kann es, äh, definitiv empfehlen. Äh, ich bin gespannt, wie sich das so halten wird. Äh, auf jeden Fall, äh, finde ich sehr toll, dass, also, hier Jacob Anderson, dem man halt eher so, ja, war eher so eine Stichwortgeberrolle in Game of Thrones. Wobei der da auch durchaus starke Szenen hatte. Aber, äh, ich hätte nicht gedacht, dass der so gut eine Serie tragen kann. Und ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt und auch, warum nicht? Also, ich meine, soweit ich weiß, diese Vampirchroniken, das ist ja hier nur der Anfang. Das dreht sich ja nicht alles um Louis. Gibt's dann ja, wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt, Königin der Verdammten wurde ja auch mal irgendwie verfilmt von Anne Rice. Glaube, es kam dann nach Interview mit einem Vampir und als er gefloppt hatte, kam dann wohl irgendwie doch nichts mehr hinterher. Aber wer weiß, vielleicht jetzt in Serienform. Ich glaube, dafür eignet es sich einfach hervorragend. Und, äh, ja, ich würde sagen, damit sind wir durch. Wir können es beide wirklich empfehlen, ab dem 6. Januar, wie gesagt, auf Sky zu sehen. Und, äh, sieben Folgen sind es nur, aber, ja, man kann es genießen und sich freuen, was da noch kommen könnte. Dann danke ich dir recht herzlich, Britt-Marie. Ja, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ja, gerne. Auch im neuen Jahr, mal schauen, was noch so kommt. Mach's gut. Ciao. Ciao. Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.